hallo liebe tiktoker ich wollte euch mal die person zeigen hinter der kamera jetzt mal vor der kamera der die lustigen tiervideos macht aber auch lustige videos sich selber nicht sehr ernst nimmt weil das leben ist schon ernst genug gerne schenke ich euch mehr videos ihr müsst mich halt nur mal folgen damit ich auch mal live gehen kann das wäre mal richtig klasse da könnte ich so ein bisschen über mein leben erzählt was ich so mache jetzt wieder mal wo ich war ja und so weiter folgt mir und ihr fahrt ein bisschen oder auch ein bisschen mehr also viel spaß liebe tiktoker